Kamu, wo bist du denn jetzt hin? Geht es dir gut? Geht es euch denn auch gut? Uns ist nichts passiert, wir wissen warum. Aber Kamu und Endura sind weg. Wir wissen nicht warum. Hm. Wir sollten sie suchen, wir müssen sie aufhalten. Das ist Selbstmord. Hätte dein Vater das gleiche gesagt? Das, äh, nein, hätte er nicht. Endura hat etwas gesagt wie, ich bereite alles weiter vor. Wollte er die Höllenfürsten zurückholen? Das müssen wir herausfinden und was auch immer es ist, wir müssen es verhindern. Wir sollten mal mit dem Dorfbewerb fragen, die zwei Lichtkugeln gesehen haben. Schade, dass allerdings unsere Mädel keinen einzigen von den Erfahrungspunkten abgekriegt hat. So bleibt sie weiterhin unterentwickelt. Hier, ihr Freund hat der ganze Tempel gewebt. Was ist da drin vorgefallen? Bitte, sag uns, ob du zwei roten Lichtkugeln gesehen hast. Bitte, es ist dringend. Huh, ähm, nun ja. Ich habe gesehen, dass zwei Lichtkugeln über den Ozean nach Süden geflogen sind. Danke. Weißt du vielleicht, woher ich ein Schiff bekomme? Äh, in Heth gibt es einen Schiffsbesitz, soweit ich weiß. Frag mal darum. Du hast uns sehr geholfen. Gut. Okay. Dann mal weiter. Wo ist Heth? Halt. Wenn wir schon jetzt Massenantrücken machen können, dann aber richtig. Bam, 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 bam. Und Detsch. So gehen doch schon Gegner wesentlich schneller. Der Weg nach Adlon ist gesperrt. Dort sind neulich viele Dämonenaktivität. Wo liegt Heth? Wo liegt Heth? Na, wenn jetzt musste ich nicht die kompletten Dorfbewohner befragen, wo sie die Kugel gesehen haben. Und das hier ist... Eine Stadt ohne Namen. Halt. Willkommen in Heth. Okay, das hier ist Heth. Okay, schön zu wissen. Bürgermeister, gib mir mal dein Schiff. Die Chance, dass er das Schiff hat, ist sehr, sehr hoch. Halt. Können Sie uns helfen? Wir brauchen ein Schiff. Ist das alles? Ein Schiff kann ich euch besorgen. Danke, aber bitte beeilen Sie sich. Es ist dringend. Das Schiff ankert vor der Strecke, aber ich will es wiedersehen. Das ist kein Problem. Vielen Dank. Charles bekam ein Schiff geschenkt. Ohne einen wirklichen Grund. Super, ich will auch das Million Schiff geschenkt. Und der eine Million Euro. Hm, 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 hm. An der Brücke kommen wir nicht vorbei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, da ist noch eine Brücke. An der kommen wir auch nicht vorbei. Wenn ich hier so gucke, kommen wir nur irgendwo vorbei. Aber zähle ich eine Metten schnell aufs Wasser. Oh. Das macht ihr überhaupt gar keinen Schaden. Okay, noch mehr Blitzfisches. Blitzfisches? Okay, schnapp's dir. Das nicht, aber das... Ah, das hier habe ich mitgenommen. So. Und Kontrolle wieder her. Und hier oben, und das habe ich alles mit aufgenommen. Naja. So wird's ja auch berühmt. Oh Gott, da muss ich mir noch immer anhören. Aber jetzt erst mal heim. Wie ist sie denn tot? Und was habe ich verpasst? Aber sie ist ja schon wieder tot. Naja. Man, Talin ist mir am Dauersterben. Uff. In der Brücke komme ich auch nicht vorbei. Oh Gott, sie kommen hier nirgendwo vorbei. Alles ist hier in Sackgassen. In der Brücke. Der Haltfremus Axt sturmt. Die Resten können zur Anreise. So, einfach mit Blut drauf. Da der Meermann? Meermann. Jetzt bekomme ich Angst. Willkommen in... Alon. Okay, Alon, gib mir mal deine besten Waffen und Rüstungen, die du zu bieten hast. Die auch noch lustig aussehen, wie sie dort stehen. Jim's Tank, belebt Partner mit 100 KP. Yay! So. Altenaxt. Okay. Eine Glaskugel enthält Magie. Blitzschlagfeuerbombe. Einer hole ich mir erst mal. Mantel. Okay, bei ihm ist die Sternrüstung besser. Bei ihr die... ...dicker Wendermantel. Äh, ist sie schlecht. Gut, die Intelligenz erhöht. Ich glaube, ich habe gerade Mist gekauft. Ja. Na, egal. Griesenachst. Griesenachst. Okay. Welche Waffe war die neue? Oh, Feuertdurch. Warum heißt das? Der Feuertdurch ist schlechter als die. Oh Gott. Glaskugel, weniger Angriff, höher von Magie. Bestacherhandschuhe gibt es nur für sie. Okay. Kraft drin brauchst du sehr wohl nicht. Wird die Chance auszuweichen. Geschick. Okay. Steinrüstung. Lederkappe. Da. Nix Neues. Nix Neues. Okay. Dann mal verkaufen wir, was wir so haben. Also wir haben fünfmal einen Dolch, den wir nicht brauchen. Zwei Degen. Das Krabbelschwert behalte ich. Kampfmesser speziell für den Kampf. Dann nix besonderes. Mal mal Axt aus Eisen. Weg damit. Rute brauchen wir nicht mehr. Weißrüstung brauchen wir auch nicht mehr. Lederpanzer. Nein. Ruben. Nein. Fellrüstung. Nein. Laberkutte. Nein. Mantel. Nein. Tablett. Dreimal. Nein. Peranreif. Nein. Noch hier etwas, was besser ist. Ja. Stahlhilme. Löffelmitze. Glasmütze. Goblinhut. Und ich dachte, hier sei es mit dem ganzen Talenschuh. Armgreif, der die MP-Leistträgers erhöht. Lebenstrank für Wiederbeliebung. Mitnehmen. Eiltränke noch mal. Was für MP-Regionation haben wir noch nicht, oder? Nee. Ja, wir suchen ein paar Zauber. Stärker für 500. Haltball 51. Okay. Glutball haben wir schon. Narkose. Haben wir zur Abwehr einer Person. Unbrauchbar ist sowas für dich, nur wenn es für alle Personen gilt. Blitz brauche ich. Brauche ich erst recht. Und wir hören können, wir hören, wie le弾, die Pizza kommt? Wir hören uns gar nicht Tag. Wir hören. Untertitelung des ZDF, 2020